Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games Und heute wollte ich mal ein ganz sexistisches Thema ansprechen Oh mein Gott Alles klar, werden wir schon wieder verfolgt Was ist dein scheiß Problem, dieser dreckige Randy Du dummer Uhrensohn, lass mich in Ruhe Da ich sehr viele Zeitprobleme habe Kann und werde ich nur 5 Videos die Woche hochladen Ich werde euch jetzt einfach mal so meinen Zeitplan verraten Ich hatte vor, am Freitag, immer Freitags, Frag den Analbaron zu bringen Und so Montag, Dienstag, Mittwoch, ganz normale SG-Folgen Okay, SG-Folgen kann man es nicht nennen Ja, Trash-Folgen, da ich jede Runde wirklich verkacke Hey, warum werde ich immer gekickt? Und am Donnerstag eben Abo-Games Also wo ich ganz normal mit Abonnenten One vs. One spiele, wie gewohnt Und am Freitag eben Frag den Analbaron Gott, Leute, wir haben jetzt richtig krankes Equipment Zieht euch das mal rein Richtig für den Arsch Ich überleg mir gerade, ob wir den angreifen sollen Ah doch, doch, da können wir jetzt abschrauben und Go! Fuuuuuuu